Komplette Katastrophe. Das letzte Video fing so gut an und gegen Ende des Videos, des Tutorials, bin ich nicht darauf gekommen, warum hier unter diesem Bild so ein kleiner Abschnitt zu sehen ist. Hier. Ich habe ja hier bei der Card hier unten einen Border drum herum gemacht und hier oben ist so Platz. Und warum ist das so? Wenn du mir im letzten Video schon bereits per Kommentar mir den Tipp gegeben hast, woran das liegen könnte, dann vielen Dank. Und zwar, ich hatte eigentlich hier drinnen geschaut, in den DevTools unter den Elementen und hier im Reiter berechnet, ob hier bei dem Element, jetzt muss ich das natürlich hier oben selektieren bzw. hier das Bild auch untersuchen, ob um das Bild hier überhaupt ein Rand ist. Ja, weder Padding, noch Border, noch Margin ist hier irgendwie verzeichnet. Aber es liegt daran, es ist kein Block Element, sondern hier unten steht es ja, wenn ich das hier mal ein bisschen rausziehe, bei Display inline. Das heißt, standardmäßig ist dieses Element per Browser inline Element. Macht alles keinen Sinn mehr. 20 Jahre habe ich diese Lüge gelebt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ein Block Element. Katastrophal, das macht alles keinen Sinn mehr. Ich höre einfach auf, am besten. Nee. Das heißt, wenn wir jetzt hier rein theoretischerweise, jetzt kriege ich das ja nicht mal runtergezogen. Warum, nee? Ja, so, es muss weg. Also wenn ich jetzt hier in den Visual Studio Code Editor reingehe, in das Projekt und wenn ich jetzt hier sage, Padding Margin auf 0 ist Quatsch, brauchen wir nicht. Und wenn ich jetzt hier sage, Display Block bei diesem Element, Image, Mensch, verschwindet der Rand. Unvorstellbar. Das ist, wenn man auch jahrelang irgendwelche CSS-Frameworks verwendet, wo das schon mit definiert ist, dieses, wo die Bilder als Block Element definiert sind. Und ja, man beachtet das Ganze dann gar nicht mehr. Und wenn man mal wieder seit Langem einfach Vanilla-CSS benutzt, hat man solche Fälle. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren auch mal immer mal wieder dieses Problem gehabt mit diesem Rand unter den Bildern. Liegt da dran. Ich habe es vermutlich einfach nur vergessen. Ich sollte meinen Kaffee auch trinken. Ja, der steht sonst hier wahrscheinlich nur da im letzten Video. Ich habe den nur positioniert, den Kaffee. Ich muss ihn auch mal trinken. Und wenn ich jetzt hier nach rechts schaue, steht schon wieder kein Kaffee. Also komplett nicht. Er steht nicht mal da. Ja, ich sollte mich besser vorbereiten. Nun, okay, aber jetzt habe ich das Video angefangen. Jetzt müsste ich auch noch ein bisschen was zeigen, oder? Ich habe jetzt hier dieses schöne Projekt hier angefangen. Es wäre natürlich Zeit, es mal noch ein bisschen aufzuhübschen, auch farblich. Und da kann ich eine Webseite empfehlen, colormind.io. Und da kannst du hier, da gibt es einen schönen Button, Generate. Da kannst du dir zufallsbasiert eine Farbpalette machen. Ja, und wenn dir eine Farbe gefällt, kannst du hier das Schlosssymbol aktivieren. Dann behältst du die Farbe. Und auf dieser Auswahl basierend generiert er zufällig auch noch die anderen Farben und so weiter. Und hier gibt er unten drunter auch Beispiele, also Beispiellayouts mit diesen Farben. Ist ganz praktisch. Ja, ist ganz nett. Ich will jetzt mal diese Farben hier benutzen. Die habe ich mir mal rausgesucht. Und das heißt, ich möchte hier die Hintergrundfarbe auf diesen Hex-Wert setzen. Vom Body mache ich mal einen Background-Color rein. Hex nicht vergessen. Dann ist das so. Und als Schriftfarbe benutze ich das Weiß hier. Ja, und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt möchte ich den Rand noch mal ein bisschen wieder aktivieren hier von diesem Body. Dann mache ich hier noch mal ein Padding rein von 20 Pixeln. Ja, das sieht so groß aus, weil ich habe hier einen Zoom drin. Das wäre die normale Größe. Aber jetzt sieht es im Video wahrscheinlich ziemlich klein aus. Deswegen zoome ich das mal wieder ein bisschen rein, damit diese Elemente auch besser zu sehen sind im Video. Ganz wichtig. Und jetzt eine Schrift könnte ich auch noch einstellen mit von Family. Ja, die Standard-Schrift sieht immer ein bisschen, naja, so ungewollt aus. Dann mache ich mal das rein. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen rumber aus. Und die Card könnte man auch noch ein bisschen besser darstellen. Und das mit dem Border gefällt mir am Ende ja doch nicht. Das könnte ich mal wieder rausnehmen. Wo habe ich das Ganze? Card? Nee, Card Info. Card Box. Hier habe ich den Border drin. Und den Border Wiff. Das nehme ich mal raus. Aber es war ganz gut, weil nur weil ich diesen Border mal reingenommen habe, habe ich das erst gesehen, dass hier ja noch so ein Abstand unter dem Bild ist. Hätte ich es nicht gemacht, dann wären wir nicht darauf aufmerksam geworden, auf dieses Problemchen. Bei der Card mache ich einen Background-Color rein. Ebenfalls hier mit diesem Weiß. Von hier oben. Dann ist das Ganze so. Muss natürlich jetzt hier noch die Schriftfarbe anpassen. Auf diese Hintergrundfarbe. Dann sieht das Ganze so aus. Den Button müssen wir noch machen, beziehungsweise den Link. Könnte man zu einem Button machen. Wir fehlen noch irgendwie Produkttitel. Das könnte man machen. Die Card könnte man auch noch mal die Ecken abrunden. Ja, das machst du hier mit Border Radius. 10 Pixel. Ist wahrscheinlich zu viel. Ist ein bisschen zu rund, das Ganze. Machen wir mal 5. Ja, obwohl das ist ja gezoomt. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wie das Ganze dann aussieht. Hier oben macht er das komischerweise nicht rund. Hier. Da ist noch die Ecke drin. Warum ist denn das so? Hier. Hier unten ist es rund und hier oben nicht. Ja. Wieso? Das ist, weil das Bild drüber hinausragt, über das Element. Und da können Sie jetzt noch sagen, bei dem Card Element, Overflow, Hidden. Und jetzt ist es rund hier. Auch ganz nice. Dann passt sich das Bild hier so wie ein. Wir haben runde Ecken. Das neue, das ist noch ein bisschen zu markant. Das Ganze könnten wir auch noch mal ein bisschen anpassen. Das ist diese Info-Klasse. Was habe ich denn da? Padding 8 oben und unten. Vielleicht die Hälfte und aber noch links und rechts 8 Pixel. Ja, dann sieht das Ganze so ein bisschen kleiner aus von der Höhe. Schon mal gut. Den Button könnte man noch stylen hier unten. Beziehungsweise dieses Element hier. Ah, diesen Anchor Tag. Und der liegt in Card Box. Also könnte man das auch direkt so, ja, selektieren. Wie dieses Paragraph-Element hier. Also Punkt Card Box. Und da drunter den Anchor Tag. Also oder alle Anchor Tags. Da könnte man erst mal sagen, Text Decoration ist None. Damit ist der Unterstrich schon mal weg. Die Color können wir einstellen. Beziehungsweise, naja, wie wollen wir das machen? Wir könnten den Button so machen wie hier vielleicht. In der Farbe. Da haben die noch ein anderes Beispiel. Den mache ich mal in der Hintergrundfarbe von der Webseite hier. Background Color. Also, wie hier oben. Ähm, wo habe ich es? Wo habe ich es? Wo habe ich es? Color ist das. So. Und Background Color ist dann nicht das, sondern das andere. Wo haben wir es? Hier. Dieses Dark Purple. Nicht Rebecca Purple, Dark Purple. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? So. Ganz schön fett. Ähm, einen Innenabstand brauchen wir noch. Aber bevor wir das machen, wir wissen ja, ein Anchor Tag ist standardmäßig ein Inline-Element. Und damit wir, äh, Abstände ordentlich setzen können, brauchen wir hier, äh, das Element als Block-Element. Dann haben wir hier die Abstände rein und wir können den Border-Radius nochmal benutzen mit 5 Pixel, meinetwegen. Dann ist das Ganze hier in rund. Ja, super. Und man könnte jetzt, das ist ja so ein Core-to-Action-Button, ja, das könnte man auch machen mit, ähm, wie hieß es denn? Text Transform, Uppercase. Dann wird das hier in Großbuchstaben geschrieben. Dann sieht das Ganze so aus. Es könnte noch ein bisschen Space nach unten sein, von der Card. Wenn wir das hier haben, nochmal ein Padding-Bottom von 4 Pixel. Wie sieht denn das aus? Dann haben wir hier ein bisschen mehr Space. Und bei, oder von der Cardbox ist vielleicht am besten, weil da haben wir ja, äh, Flexbox verwendet. Und dann haben wir hier drumherum 8 Pixel. Und Gap ist ebenfalls 8 Pixel. Und dann will ich jetzt nach unten nochmal 4 Pixel draufrechnen. Da habe ich 12. Könnte man so machen. Okay. Dann hat dieses Card-Element nach unten hin ein bisschen mehr Space. Jetzt bräuchte man hier vielleicht noch eine Überschrift hier drinne. Und der Text müsste ein bisschen kleiner sein. Der ist ganz schön gigantisch hier in der Card. Also so vom Größenverhältnis her, ja. Das könnte man noch optimieren. Da muss nicht so hervorstechen, das Ganze. Und da könnte man hier oben drüber noch eine, noch eine Überschrift machen. Ein H2-Element. Könnte man dann nehmen. Und Café au lait. Das ist die Überschrift. Sieht ganz nice aus. Und den Paragraphen hier. Da haben wir Text-Align-Sender gemacht. Und wie machen wir das mit den Schriftgrößen? Wir könnten jetzt sagen, hier haben wir ja schon Font-Family. Machen wir hier Font-Size, Font-Body, so generell. Ein Rem. Und die Card Box, das Paragraph Font-Size könnte man sagen 0,75 Rem vielleicht. So ein bisschen kleiner. Das Ganze sieht schon mal ganz nice aus. Auch mit den Abständen, ne. Und den Preis hätte ich gerne auf der rechten Seite und vielleicht auch links daneben noch so ein paar Badges, so ähm so ein paar Eigenschaften von dem Kaffee, ja. Zum Beispiel stark oder mild oder säurearm oder laktosefrei oder was es da nicht alles gibt, ja. Das könnte man hier noch daneben zaubern. Natürlich müsste man dann hier strukturell äh, was überlegen, weil hier bräuchten wir jetzt noch ein Div-Element, wo der Preis drin ist, einerseits und auf derselben Ebene noch diese, diese Badges. und das könnte hier ein Div sein, wo wir sagen stark. Und wir haben vielleicht noch eine zweite Eigenschaft, ähm, gemolln, gemolln, zum Beispiel. Dann sieht das Ganze so aus, aber jetzt kommen wir wieder zur Positionierung von HTML-Elementen mit CSS. Und den Preis hätte ich, wie gesagt, gerne hier auf der rechten Seite und, äh, die zwei Teile hier, diese Badges, die hätte ich gerne auf der linken Seite. Und da müssen wir hier nochmal eine Klasse vergeben, damit wir das Ganze, äh, einmal frei und sauber selektieren können mit CSS. Was könnte man da nehmen? Äh, Info hat man schon irgendwo. Hier, das ist das Ding. Wie nennt man denn sowas? Ähm, Properties. Court Properties. Stark. Und die Dinger hier brauchen noch eine Klasse. Das sage ich einfach Court Badge. Und das andere Ding, kriegt das auch. Und vielleicht will ich ja noch den Preis formatieren. Und da sage ich einfach Court Preis. Das könnte ich letztendlich dann auch mal zum Div-Element machen. Ja. Und wie sieht das Ganze währenddessen aus? So. Alles klar. Court Properties. Wir positionieren das Ganze erst mal. Wo haben wir das? Court Box. Ist es innerhalb der Box? Ja. Da kann ich das hier da drunter setzen. Court Properties. Und ich nehme hier Display Flex. Ja. Es bietet sich an, Display Flex zu verwenden. Und was passiert denn da? Da wird das Ganze schon mal nebeneinander angezeigt. Und die, die Badges hätte ich, ähm, schon mal ein bisschen kleiner. Die sind so, äh, extrem gigantisch. Das sticht dann zu sehr ins Auge. Dann mache ich mal Font Size. Ebenfalls, äh, 0,75 RAM. Meinetwegen. Dann ist das ein bisschen kleiner. Und, ähm, ich hätte gerne Text Transform Lowercase. Dann ist das ein klein geschrieben. Dann, ähm, möchte ich ganz gerne. Es ist ja schon von Haus aus ein Div-Element, aus dem Block-Element. Dann muss ich das hier nicht definieren. Ich kann es aber machen. Display Block, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass irgendjemand auf die dumme Idee kommt, das wieder zu einem Span-Element zu machen. Ähm, dann, was habe ich noch für Farben? Ich habe hier dieses Rot. Das könnte man mal nehmen als Hintergrund. Background Color, Rot. Das heißt, wir brauchen ein Color von diesem Weiß. Hier. Ist es das? Es ist das, oder? Genau. Ganz wichtig, wir brauchen noch ein Border Radius, damit das Ganze wieder abgerundet ist. Ja. Dann sieht das Ganze so aus. Und wir brauchen nochmal ein Padding von 4 Pixel oben nach unten, 8 Pixel nach links und rechts. Dann sieht das Ganze so aus. Ganz schön gigantisch. Wie ist es mit dem Zoom? Wenn es auf 100% ist, können wir so machen. So, jetzt müssen wir das Ganze positionieren. Display Flex. Justify Content ist auch standardmäßig auf Flex Start gesetzt. Ja, das passt ja schon mal so, denke ich. Oder wie sieht es denn aus? Wo haben wir denn dieses Card Box Element? Properties, hier. Ach so, das wird ja zentriert. Na klar. Das Ganze. Da ist ja jetzt, wird ja jedes Element mit Justify Content Center zentriert. Und da könnte ich jetzt sagen, Na grundsätzlich möchte ich, dass das aber hier eine Breite hat von 100%. Also den vollen Platz belegt. Und jetzt startet das Ganze auch direkt linksbündig. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir hier noch grundsätzlich einen Zwischenabstand von 8 Pixeln vielleicht. Ja, oder ein bisschen weniger. Machen wir mal 4 Pixel. Dann sieht das Ganze so aus. Den Preis hätte ich aber gern auf der rechten Seite. Und grundsätzlich kann die Card vielleicht noch ein bisschen breiter sein. Da haben wir vielleicht etwas mehr Platz. 300 Pixel. Ja. Okay, sieht schon mal besser aus. Das ist auch wegen dem Zoom. Ja. 300 Pixel sind besser. Wie kriege ich denn jetzt den Preis? Nur den Preis jetzt hier auf die rechte Seite. Na klar, ich kann den selektieren. Mit Card Price. Und Card Box. Card Properties. Card Batch. Und das mache ich hier direkt da drunter. Clean Code. CSS Clean Code. Gibt es das überhaupt? Ja. Auch mal so eine Frage. So Clean Code ist ja so etwas Utopisches. Also rein in der Praxis, im Berufsleben Clean Code zu betreiben. Das ist auch so eine Sache. Oftmals überhaupt keine Zeit dafür. Bei knappen Deadlines und so weiter. Da sind solche Sachen, die immer hinten runterfallen. Dass der Code wirklich ordentlich strukturiert ist und aufgebaut ist, fehlt in 90% der Fällen einfach die Zeit dazu. Ganz ehrlich. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte auf die rechte Seite. Und da kann ich mit Margin rumhantieren und zwar mit Left. Und wenn ich dann hier sage Auto, zack, ist es auf der rechten Seite. Das ist dann so ein Ausnahmenfall. Guck mal. Ich habe hier Card Price. Und durch dieses Margin Left macht ja so viel Platz auf der linken Seite, wie verfügbar ist. Also der Rest von der Breite des Card Elementes, was hier frei zur Verfügung steht für diese Elemente. Und zack, auf der rechten Seite. Ist so ein kleiner Trick bei Display Flex. Das soll zu machen. Der Preis soll natürlich richtig ins Auge ballern. Und dann machen wir hier Font Size ein bisschen größer. 1,25 RAM vielleicht. Ja. Dann sticht er mehr ins Auge. Was haben wir noch so für Farben? Ja. Vielleicht nehmen wir da direkt dieses Rot hier. Color. Bam. Und dann sieht das Ganze so aus. Okay. Könnte noch ein bisschen größer sein. Jetzt zieht es aber die Dinger nach unten. Warum denn das? Diese Badges hier. Kriegt man das mit Align Items gefixt? Wenn ich das noch definiere. Align Items. Flex Start. Genau. Der hat wahrscheinlich hier irgendwie gemacht. Stretch. Und Stretch heißt, dass der jedes Kind-Element auf die komplette Höhe ausdehnt. Krasse Geschichte. Flex Start. Und dann ist jedes Element bündig nach oben ausgerichtet. Also auf der oberen Kante. Super Sache. Nein, ich will nicht speichern. Jetzt haben wir das Ding. Wir haben das Ding. Der Preis ist der Wahnsinn. Und. Jetzt hätte ich das aber trotzdem, den Preis, noch ein bisschen weiter oben. Ja. Dieses Element hier. Wenn ich das untersuche. Das hat ja auch, wenn du mal unter Berechnet reinschaust. So auch Attribute wie Line High. Was ist denn da vom Browser her definiert? Habe ich das hier irgendwo stehen? Hi. Habe ich das richtige Element selektiert? Alle Anzeigen. Das muss ich natürlich mit reinnehmen. Haben wir es denn? Line High. Bei Text. Line High. Normal. Normal. Das könnte man ja nochmal ein bisschen ändern. Nicht Line Break. Line High. Was machen wir da? Eins. Was passiert da? Zack. Eins ist 22,4 Pixel. Tja, sieht das schon ganz nice aus. Jetzt ist das mehr auf einer Zeile. Die Line High sollte man nur in Ausnahmefällen anpassen. Ja, viele oder einige, habe ich auch schon oft gesehen, benutzen die Line High, um die Höhe anzupassen von der Schrift, also von der Box, wo die Schrift drin ist. Ist eine schlechte Praxis, wie ich finde. Diese Line High sollte man logisch nur in Ausnahmefällen bearbeiten, ändern. Ja, dass sichergestellt ist, dass der Text an sich auch gut lesbar ist. Und das heißt auch, dass hier der Zwischenraum von dem Text auch da ist, damit es auch gut lesbar ist. Ist auch wieder so ein Thema Barrierefreiheit. Ja, Texte sollten immer gut lesbar sein. Darauf sollte man auf jeden Fall immer achten. So, jetzt habe ich das Element hier. Diese Elemente hier. Tja, das sieht so ein bisschen chaotisch aus. Ja, die Elemente sind hier linksbündig und so weiter. Da wäre es sinnvoller, dass die Elemente ebenfalls vielleicht wieder linksbündig sind. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Cardbox. Justify Content Center haben wir hier. Und wenn wir hier mal Flex Start machen. Und da passiert gar nichts. Warum nicht? Justify. Justify. Ach, das ist die andere Achse. Tut mir leid. Wir müssen das nehmen. Jetzt. Und der Text, der kann auch wieder normal angezeigt werden. Da mache ich das Text allein raus. Und das sieht das Ganze so aus. Wir haben ja Attribute. Wir haben einen Preis. Wir haben eine Überschrift. Text. Und jetzt kaufen. Noch ein bisschen mehr Abstand vielleicht. Das ist so ein bisschen Feintuning jetzt. Wo haben wir es denn? Cardbox Gap. Machen wir mal 12. Ja, dass das ein bisschen aufgelockerter ist. Sieht es denn aus mit 16. Ja. Vom Zoom her. Ja, sieht doch ganz gut aus, diese Card. Wohlt der Preis in dem Rot? Haben wir noch eine andere Farbe? Ja, nee. Könnte man ja so lassen. So, jetzt sieht das Ganze schon mal ansprechender aus. Wenn du möchtest, dass ich hier weitermache in den nächsten Videos. Vielleicht mache ich auch so mal eine kleine Serie wieder über CSS. Und wie man so Elemente umsetzt, positioniert. Und dass es ein bisschen stylischer aussieht, das Ganze. Schreib mir doch in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich wie immer das nächste Video. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.